Der heutige Vortrag ist ja nun schon der dritte in der Reihe zum Thema Gegenwart, Kultur und kritische Theorie. Für diejenigen, die schon bei den ersten Vorträgen da waren, also wir haben uns in dem ersten Vortrag mit Grundlagen ästhetischer Theorie beschäftigt, haben dann in einem zweiten Vortrag die Diskussion einen Schritt erweitert und haben Fragen ästhetischer Theorie an einem konkreten Phänomen diskutiert, nämlich an der freien Musik. In unserem heutigen Vortrag, in der heutigen Veranstaltung soll es nun um die Populärkultur gehen, um aktuelle Phänomene der Populärkulturen und um die Frage einer Neuverhandlung der Kulturindustrie-These. Besonders freuen wir uns, dass wir dafür Roger Behrens gewinnen konnten. Wer sich mit Fragen der kritischen Theorie und der Populärkultur beschäftigt, kommt an Roger Behrens nicht vorbei. Er studierte Philosophie und Sozialwissenschaften an den Universitäten Hamburg, Berkeley, Kassel und Maastricht. Heute arbeitet er als Publizist und Autor in Hamburg und ist Herausgeber zahlreicher bekannter Zeitschriften, um ein Beispiel zu nennen, das Buchmagazin Testcard, Beiträge zur Popgeschichte. Bevor ich bei diesen kurzen, einführenden Worten überlasse und das Wort an Roger übergebe, noch zwei übliche Hinweise. Zum Ersten, das TUKA stellt uns dankenswerterweise wieder Getränke zur Verfügung. Die sind hier in der Ecke gegen eine kleine Spende zu haben. Und der zweite kleine Hinweis ist, wir zeichnen diese Veranstaltung wie alle Veranstaltungen auf. Wir zeichnen den Vortrag auf, allerdings nicht die Diskussion. Also mit Beginn der Diskussion schalten wir das Gerät ab. Aber nun übergebe ich endgültig an Roger. Vielen Dank. Kann man mich verstehen, wenn ich so rede? Ich weiß nicht, ob ich die Lautstärke halten kann, das wird sich zeigen. Vielen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte. Es ist jetzt so, wurde ja eben nochmal gesagt, Thema des heutigen Abends soll ein bisschen sein, Aktualität der Kulturindustrie-These im Hinblick auf, wie man es auch immer nennt, populär-kulturelle Phänomene. Darum kann es auch gehen, wenn wir nachher diskutieren. Ich habe mir gedacht, das ist, und das wäre für mich selber wichtig, eigentlich notwendig ist, nochmal eine grundsätzliche Begriffsklärung vorzunehmen. Also das heißt, was ist das für ein Begriff von Kulturindustrie, den man dann eventuell anwendet auf Gegenwartsphänomene, wie man die auch immer bezeichnet. Das heißt, wenn mein Titel so ein bisschen großkotzig daherkommt, Spektakel, Nihilismus, Dschungelcamp, Gegenwartskunst, Selfies, Ende, dann streichen wir schon mal Gegenwartskunst und Selfies. Beim Dschungelcamp bleibt nur Camp übrig. Und Spektakel und Nihilismus gibt es vielleicht auch. Und das machen wir dann in der Diskussion. Was ich jetzt hier erstmal biete, sind Thesen, elf Stück, wie sich das so gehört. Und die Thesen sind systematisch und historisch. Das heißt, ich versuche, den Begriff, das Konzept, das kritische Konzept Kulturindustrie, zu rekonstruieren. Und zwar eigentlich auch weit vor den 1940er Jahren, als dieser Begriff ja entwickelt wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika, von Adorno. Es geht also um die sehr grundsätzliche Frage, was Kulturindustrie überhaupt ist, was sie war, was mit ihrem Begriff bezeichnet werden sollte, was aus der Kulturindustrie dem Begriff der Kritik und den mit ihr konzeptuell verknüpften sozialen Verhältnissen geworden ist, was also schließlich heute Kulturindustrie ist, und das meint auch ganz banal, kann man das anfassen, kann man dahin gehen und sich beschweren, kann man das ändern. Und muss man das ändern? Und zumindest möchte ich die Frage stellen, wie? Also die alte Frage von Tscherniszewski, Lenin, was tun? Erstens, was tun ist eine politische Frage, die zugleich seit Lenins Schrift einen bestimmten Typus der Politik oder präziser gesagt des Politischen impliziert. Es ging um die Macht des Staates und um die Macht im Staat. Es ging aber auch schon um das, was Lenin selbst die Kulturrevolution nennt. Ein seit der Französischen Revolution bekanntes und benanntes Problem, nämlich wie sich unter modernen Bedingungen des politischen Bevölkerung so organisiert, dass eine stabile Gesellschaft entsteht, ja das über Hauptgesellschaft entsteht, also die Einzelnen nicht nur sozial agieren, sondern sich als Individuen mit der Gesellschaft, als Ganzheit aller Individuen identifizieren. Das ist das Problem der Kulturrevolution. Die bürgerliche Gesellschaft versucht das bekanntlich dadurch, dass sie die Menschen in Bürger verwandelt, zumindest verspricht, den Menschen als Bürger zu behandeln und handeln zu lassen. Und das funktioniert nicht. Soziale Widersprüche verdichten sich durch die Logik des Kapitals. Die bürgerliche Gesellschaft ist modern, begründet sich aus sich selbst heraus, aber modern als antagonistische Klassengesellschaft. Kultur hat hierbei wesentlich die Funktion, die gesellschaftlichen Antagonismen zu kaschieren, ist also sowas wie Kitt der Gesellschaft, als solche zusammenhalten soll. Kultur in diesem Sinne, also erstmal in so einem begrifflich-emphatischen Sinne, hat etwas zu tun mit Nation, also nationaler Identität. Das ist historisch sehr wesentlich, wenn man sich anguckt, wo der Kulturbegriff, den wir so gemeinhin heute immer noch verhandeln, herkommt. Hat etwas zu tun mit Subjekt, also Kultiviertheit, Zivilisation, als individuell soziale Identität. Kultur hat etwas zu tun mit Kunst, und das meint in der Regel freie Kunst, oder nach Goethes Wort bildende Kunst. Nämlich auch schon in Bezug auf Probleme der Identität, also das, was sich im 19. Jahrhundert herausbildet. Ich weiß nicht, ob das schon ein Thema war bei dem ersten Vortrag, im Hinblick auf das Ästhetische, mit so Schlagwörtern wie Autonomie, Authentizität und so weiter. Also hat es zu tun mit Ästhetik, Kultur, nämlich vor allem orientiert an verbindlichen Konzepten dessen, was schön ist, was angenehm ist und wohlgefallen auslöst, als Vermögen dargestellt, sinnliches Vermögen, und das wäre etwas weiteres, was mit Kultur zu tun hat, Geschmacksurteile zu fällen. Das ist nicht banal, das ist sehr zentral, dass es bei Kultur darum geht, seinen Geschmack und seine Fähigkeit, Geschmack entwickeln zu können und gewissermaßen im Geschmacksurteil anwenden zu können, demonstrieren zu können. Wenn man so will, könnte man sagen, dass Geschmack, als zur Kultur gehörig, den wesentlichen Unterschied zur Zivilisation markiert. Also für das, was man so Zivilisation nennt, gemeinhin ist nicht unbedingt wichtig, dass wir uns in der Welt so bewegen, dass wir permanent in der Lage sind, zu urteilen, was schön ist, was hässlich ist und angenehm und was auch immer. Solche Kultur ist bürgerliche Hochkultur. Sie muss sich gesellschaftlich konkretisieren, weil sie zunächst einfach nur ein abstraktes, ideelles Reich bezeichnet. Sie muss sich gesellschaftlich konkretisieren, also lebbar sein, erfahrbar, nachvollziehbar und zugänglich. Hochkultur realisiert sich im 19. Jahrhundert als Massenkultur. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass Massenkultur nicht etwas ist, was gegen Hochkultur entstanden ist, sondern als die soziale Realität der Hochkultur entstehen musste, damit überhaupt gesellschaftlich nachvollziehbar wurde, was Hochkultur ist. In all den Formen, die man seit Anfang des 19. Jahrhunderts kennt, die großen Museen werden eröffnet, die Konzertsäle, Konzerthäuser, Opernhäuser, literarischer Salon und so weiter und so fort, Drucktechnik, kommt alles dazu. Massenkultur ist allerdings auch Ausdruck eben der Klassenverhältnisse beziehungsweise Kultur wird auch als Massenkultur zu einem politischen Instrument gibt genügend Schriften, auch aus dem Umfeld der kritischen Theorie, die das dargestellt haben. Das bekannteste ist wahrscheinlich Walter Benjamin, wenn der über das französische Second Empire schreibt. Die Zeit von Freude und Glanz. Unterhaltung der Massen, also als eine politische Strategie, Unterhaltung der Massen und nicht Unterhaltung der Klassen, um den Klassenkampf zu befrieden. Paris ist das beste Beispiel und ich habe es eben gesagt, weil der Benjamin nennt Paris nicht umsonst die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Also Lenin, um auf ihn zurückzukommen, ist einer der Ersten. Die Kultur, insofern, auch für die, wie man es auch immer nennen will, sozialistische, kommunistische Bewegung affimieren, als dass er bestimmt, dass es neben der bürgerlichen Kultur der Herrschaft auch eine unterdrückte Kultur des Proletariats gibt. Das ist neu, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also dass auf einmal dieser Kulturbegriff gleichsam zum Kampfbegriff wird, innerhalb emanzipatorischer Bewegung. Tatsächlich hat bereits die Sozialdemokratie im ausgehenden 19. Jahrhundert viel Wert auf die Kultivierung oder besser kulturelle Bildung der Arbeiter gelegt. Sie übernahm die Formel, das kennen vielleicht die meisten von Francis Bacon, Knowledge is Power, Wissen ist Macht, machte daraus eben eine politische Formel, die sozusagen in der Kultivierung, in der kulturellen Bildung der Arbeiter ihn fähig machen sollte, die Arbeiterklasse fähig machen sollte, im Kampf gegen das Kapital zu bestehen. Impliziert ist dabei natürlich, und da ist der Blick jetzt erstmal drauf gerichtet, ein sehr deutsches Konzept, ob das Kultur hier immer auch mit Bildung verknüpft ist, Wissen und Erkenntnis und damit auch mit einer Kategorie von Fortschritt verknüpft ist. Darüber hinaus war Kultur bis in die 1930er Jahre, also bis zum Nationalsozialismus, auch als proletarische Kultur weitgehend synonym mit Hochkultur verstanden worden, affirmativ und unproblematisch. Also einfach in der Weise, dass man davon ausging, es gibt Kultur, die zeichnet sich dadurch aus, dass es große literarische Werke gibt, dass es große musikalische Kompositionen gibt und so weiter und dann ist es mehr oder weniger eine Frage der Aneignung. Affirmativ und unproblematisch, übrigens dann auch in Bezug auf die künstlerischen Avantgarden der Zeit von 1900 bis in die 1920er. Sie wurden nämlich abgelehnt, vernichtet, entmächtet, verteufelt, lächerlich gemacht. Also vor allen Dingen natürlich die russischen Avantgarden, ist ja jetzt erst seit einigen Jahren, dass man über die vielfältigsten Formen, was so um den Proletkult, Fuchte, Mass und so weiter herum passiert ist, überhaupt wieder diskutiert. die Vielfältigkeit von Suprematismus, Produktivismus, alles was so als Formalismus abgekanzelt wurde, gleichzeitig aber auch zum Beispiel des Surrealismus in Europa, in Frankreich, Dadaismus und so weiter, hat keinen wesentlichen Eingang gefunden in das, was sich so eben als proletarische Kultur gerierte. Also natürlich redet man hier auch spätestens über Stalin, Stanoff, man könnte aber auch reden über sehr ambivalente, um nochmal zu zeigen, wie sozusagen diese proletarische Kulturidee einhergeht mit einer bürgerlichen Idee. Man könnte auch reden über das Bauhaus etwa, also über die Frage, wie mit der Idee der Kultivierung sich eine bestimmte Vorstellung von Modernisierung verbindet. Hannes Mayer, Bauhausdirektor und bekennter Kommunist, macht er jetzt was anderes wesentlich als das, was vorher Gropius gemacht hat? Das wären die Fragen, die man sich stellen könnte. Und man wird feststellen, dass sozusagen die kulturellen Konzepte der proletarischen Bewegung in dieser Zeit von bis, man kann über Frankfurt reden, den Architekten Ernst May, der dann in der Sowjetunion auch tätig ist, sich nicht wesentlich unterscheiden von dem moderne Entwurf, der kulturell transportiert wird über ein fortschrittliches Bürgertum. Aber interessanterweise zunehmend wird das Experiment, wird der Fortschritt avantgardistischer Strömung nicht wahrgenommen. Es wird sozusagen nivelliert auf eine sehr klare Idee, was Kultur heißt in den 20er Jahren. Zweitens ich sitze im Zug zum Vortrag. In der Bahn liegt die Zeitschrift Mobil des Magazin der Deutschen Bahn Ausgabe November 2014. Es ist die sogenannte grüne Ausgabe 2014. Es geht um die liebe Umwelt, die schützenswerte. ganz unsparsam und Papier Verschwenderes gibt es diesmal zwei Umschläge. Der eine Umschlag zeigt eine einfache grüne Farbfläche und ein Zitat die Veränderung der Welt ist nur herbeizuführen Punkt 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 und dann soll man weiterblättern zum richtigen Umschlag der dann wie immer bei diesem Magazin ein Fotoporträt eines erfolgreichen aus Kultur und Wirtschaft bekannten deutschen Leistungsträgers zeigt mit dem es dann einen Leitartikel ein Interview meist gibt in dem allerhand Tipps und Binsen Weisheiten zum Besten gegeben werden wie es mit der Welt im Allgemeinen und der Karriere im Besonderen so ist diesmal in erdigen Brauntönen wie aus dem Wald der Weisheit Reinhold Messner die Veränderung der Welt ist nur herbeizuführen und dann geht das Zitat weiter wenn sich jeder Einzelne verändert dazu die Erklärung als Untertitel gleichsam was wir von Reinhold Messner dem größten Bergsteiger aller Zeiten lernen können Marx die Welt verändern Rimbo das Leben ändern Günther Anders wir verändern die Welt sowieso jeden Tag es kommt deshalb durchaus darauf an sie zu interpretieren drittens die Bahn die Lokführer streiken die jetzt habe ich ganz viel Anführungszeichen das wird gleich schon klar die sage ich jetzt nicht immer mit aber das ist ein Wort in Anführungszeichen Mainstream Medien regen sich darüber auf Mainstream Medien sagt zum Beispiel Jürgen Elsässer er spricht auf einer sogenannten Montagsdemo als Redner er redet für das Volk seine Solidarität gilt den streikenden Lokführern hinten rufen einige halt die Fresse Elsässer die rufen halt die Fresse das wollen die Linken sein ich spreche von den streikenden Lokführern und die sagen halt die Fresse peinlich ist das dann sagt er weiter dass er sich auch mit den Hooligans solidarisiert die in Köln gegen Salafisten demonstrierten er kann die gar nicht verurteilen er kennt die ja gar nicht wie soll ich eine Subkultur verurteilen die ich gar nicht kenne brüllt er sein Publikum in Klammern das Volk an eine rechte Veranstaltung sollte es in Köln gewesen sein so ein Quatsch sagt Elsässer keine einzige rechtsradikale Parole kein einziges rechtsradikales Transparent hätte es gegeben eine junge Frau trug ein Sweatshirt in Köln darauf stand University of Auschwitz 1942 ich sehe mir Elsässer auf YouTube an demokratisches Web 2.0 Technik der Creative Industries die Leute bei denen der Klardenker Elsässer sich herumtreibt haben eine Homepage ein Sammelsorium kluger Menschen die sich nichts vorschreiben lassen schon gar nicht von den Mainstream Medien von Amerika und Israel und dem Finanzkapital das zusammen mit Amerika und wahrscheinlich auch Israel die Mainstream Medien finanziert die Leute lassen sich in kein Schema pressen sie denken lieber selbst verteidigen unliebsame unbequeme Wahrheiten von denen es zwischen Lebensenergie Halsbändern und dem Programm der AfD so einige gibt sie reden die einfache Sprache der Agitation sprechen in Bildern von sich die immer den Eindruck eines Massenpublikums nochmal in Klammern Volk vermitteln sind kritisch und vor allem auch selbstkritische Menschen die gerne darauf verweisen dass sie mit ihren Publikationen allgemein anerkannt als kluge kritische Menschen gelten wäre es auch bei ihnen Eva Herrmann als Autorin und über die steht ihre Bücher gelten als Standardwerke der Aufklärung Viertens Dialektik der Aufklärung den Begriff Kulturindustrie hat zuerst Adorno benutzt Kulturindustrie Aufklärung als Massenbetrug heißt der berühmte und auch bekannte Abschnitt in der mit Max Horkheimer zusammen verfassten Dialektik der Aufklärung fertig geschrieben und dann zuerst in einer Kleinauflage veröffentlicht 1944 in Amsterdam in einer Auflage von 3000 Exemplaren erschien 1947 die einzige offizielle Ausgabe bis 1969 ansonsten gab es Raubdrucke vorher war im Umfeld der kritischen Theoretiker schon von Communication Industry die Rede das sagte man damals so in Amerika mit den Entwicklungen der neuen Medien also Zeitung Rundfunk insbesondere Radio Kino Schallplatte wurde der aus dem Vokabular der katholischen Kirche entlehnte Begriff der Kommunikation geradezu zum Leitmotiv moderner technologischer Kultur auch Marx sprach im Übrigen schon von der Kommunikationsindustrie meinte damit Transport und Kommunikationsindustrie es geht bei Marx um die Frage des Warenverkehrs und welchen Anteil etwa Transport oder Dienstleistungsvermittlung an der Mehrwertproduktion hat Marx hat im 19. Jahrhundert eine Gesellschaft vor Augen die erst beginnt ihre ökonomischen Prinzipien gesellschaftlich zu verallgemeinern die erst beginnt den Kapitalismus alltäglich zu machen Kultur ist für Marx noch kein Thema die Lebensweise also Lebenszusammenhänge der bürgerlichen Gesellschaft hat zu Marx Hegel dargestellt und Marx korrigiert Hegel lediglich das Sein bestimmtes Bewusstsein in diesem Zusammenhang entwickelt Marx das berühmte Schema von Basis und Überbau Autoren wie zum Beispiel Max Raphael Berthold Brecht Walter Benjamin auch Herbert Marcuse haben nachfolgend Überbau und Kultur gleichgesetzt Kultur ist der Überbau so hat sich das in den Diskussionen eigentlich bis in die 80er 1980er 90er Jahre gehalten also wenn man über den marxistischen oder marxischen Kulturbegriff redet redet man immer über Überbau Marx erwähnt aber diesen Begriff der Kultur nicht also weder an dieser Stelle noch an den anderen sehr sporadisch nur sich befindenden Stellen wo er von Überbau spricht Kultur gibt es bei ihm nicht das interessiert ihn nicht es gibt Kultur im Sinne von Ackerbau Kultur der Ägypter oder irgend so was als historischen Begriff bei Hegel ist es genauso auch Hegel beschreibt die bürgerliche Gesellschaft nicht unter dem Gesichtspunkt der Kultur Hegel spricht von Sittlichkeit auf dem ersten Blick kennen ja viele so fängt das Kapital an auch schon Selbstzitat von Marx auf dem ersten Blick erscheint der Reichtum der Gesellschaften in dem die kapitalistische Produktionsweise herrscht als eine ungeheure Warensammlung das ist der Blick dieser erste Blick wo der Reichtum als ungeheure Warnsammlung erscheint der Blick der politischen Ökonomie weshalb Marx immer was Doppeltes meint nämlich vor allen Dingen erstmal meint die theoretische Beschäftigung mit der Ökonomie die politische Ökonomie sozusagen als die Wissenschaft der Ökonomie und dann die Realität des Kapitalismus zum zweiten das ist der Blick der politischen Ökonomie er sieht nur den Reichtum und kann ihn auf die ökonomische Form der Ware zurückführen alles andere zum Beispiel wie auf dem ersten Blick in der bestehenden Gesellschaft sich Armut darstellt wäre sozial und damit von der Problematik her außerhalb der politischen Ökonomie das haben Marx und Engels wenn man das so sagen kann ein bisschen rumgebogen dargestellt im Manifest der Kommunistischen Partei der zweite und der dritte Blick der jetzt für Marx relevant ist also woraus er dann sein Kapital entwickelt A der vermeintliche Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft basiert auf der Arbeit deren Verausgabung nötig ist um Dinge als Waren zu produzieren die Arbeit als Arbeitskraft ist selbst eine Ware B die ungeheure Wahnsammlung ist keine positive Einheit sondern Resultat und Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche der Produktionsverhältnisse Marx beschreibt das unter anderem im Abschnitt über den Fetischcharakter der Ware schon in seinen sogenannten Pariser Manuskripten den ökonomisch philosophischen Manuskripten von 1844 hatte Marx von der Entfremdung der Arbeit gesprochen also was ich hier so zwischen den Zeilen ein bisschen versuche es eben zu sagen Basis Überbau Überbau hat aber eigentlich nichts mit Kultur zu tun wo würden wir denn eine Terminologie finden mit der Marx so etwas bezeichnet oder kritisiert wie das was wir heute als Kultur bezeichnen A Fetischcharakter der Ware Fetischcharakter B Entfremdungsbegriff also ökonomisch philosophische Manuskripte 1844 die Entfremdete Arbeit Marx erweitert hiermit ein Konzept der Hegel'schen Philosophie des Selbstbewusstseins wendet die Frage danach wie sich das Subjekt als Subjekt konstituiert materialistisch Entfremdung wie Fetischcharakter der Ware betreffen das Subjekt in der Produktion also da geht's um die Tätige Auseinandersetzung mit der Welt um das was dann im Laufe der Geschichte eben als Arbeit bezeichnet wird kurzum es geht um den Arbeiter wo ja immer die Diskussion eigentlich bei beiden Texten ist ist der Arbeiter jetzt gleich der Mensch oder ist das eine historische Figur wo aus dem Mensch dann erstmal über Klassenverhältnisse Arbeiter hervorgehen müssen und so weiter ist ein anderes Thema aber das ist eben wichtig es geht hier um Situation gesellschaftliche Situation die mit Produktion zu tun haben erst um 1900 wird nicht zuletzt durch die Lebensphilosophie und die vitalistisch gefärbten Reformbewegung von bis Schulreform bis Reformhaus Entfremdung zum allgemeinen Gefühl einer Art ästhetischer Weltverlust des Individuums zur Rissenheit des Selbst in diesem Zusammenhang ist dann auch schon von Kulturkrise Kulturpessimismus Kulturkonservatismus die Rede am Vorabend des Ersten Weltkriegs spricht Georg Simmel 1911 von der Tragödie der Kultur also das ganz im Fahrwasser dieser Problematik der Entfremdung gleichzeitig ich bin jetzt immerhin schon Anfang des 20. Jahrhunderts Gleichzeitig entwickelt sich die moderne Konsumgesellschaft wird eine Angestelltenkultur allgemein nach dem Ersten Weltkrieg in dieser Zeit findet sich erstmals das Phänomen das heute mit dem Wahnfetischismus gemeinhin beschrieben wird oder das wo wir heute so alltagssprachlich von Wahnfetischismus reden Menschen identifizieren sich mit einer bestimmten Ware im Konsum also dem Konsum von Waren oder eben dann noch konkreter bestimmten Markten wird eine bestimmte Macht zugeschrieben das ist eine andere Idee von Fetischismus als das was Marx im Kapital beschreibt da geht es darum dass der Arbeiter in der Produktion die gesellschaftlichen Verhältnisse als Naturverhältnisse wahrnimmt und jetzt auf einmal entwickelt sich ein Fetisch Verständnis weil durchaus setzt sich das ja auch so in der linken oder kritischen Theorie durch wo eben Fetischismus was zu tun hat was eher auf der Seite des Allgemeinverhältnisses zu Dingen steht also eben zu tun hat mit Konsum Konsum über diesen Wahn Fetischismus gelingt es wiederum die erlebte Entfremdung von der Gesellschaft die eben zu tun hat mit bürgerlichen Formen von Subjektivität der Arbeiter als solcher nach diesem emotionalen Modell vitalistischen Modell von Entfremdung ist der Arbeiter nicht entfremdet ganz andere Probleme also über diesen Wahn Fetischismus über diese konsumistische Bindung an die Ware gelingt es wiederum die erlebte Entfremdung von der Gesellschaft oder in der Gesellschaft aufzulösen derart hergestellte Zufriedenheit wird zwar als Kultur inszeniert folgt aber gänzlich anderen Prinzipien als das was im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert also von Rousseau Voltaire über Kansch Hegel Goethe und so weiter bis Nietzsche und meinetwegen auch Matthew Arnold Kultur genannt wurde es sind andere Prinzipien der Identität die es möglich machen ich zu sagen und sich als selbst wahrzunehmen es ist eine Kultur die über die Waren also zunächst einfach noch Gebrauchsgüter vermittelt ist und in einer spezifischen Produktpalette Bücher Schallplatten Filme und so weiter selbst als Waren funktioniert das ist überdies auch ihre entscheidende gesellschaftliche Rolle also die entscheidende gesellschaftliche Rolle dieser Kultur in Anführungszeichen Ware zu sein und das heißt schlechterdings erstmal Profit zu generieren was diese Kultur bringt ist Wohlstand Verbesserung der Lebensweise oder überhaupt die Möglichkeit für den Einzelnen die Einzelne sich eine Lebensweise anzueignen ja also die eigene Identität überhaupt wahrzunehmen in ein Setting von möglichen Lifestyles einen Alltag zu haben Freizeit zu haben Hobbys zu haben und dergleichen anders gesagt Kraft dieser Kultur ist es möglich dass prinzipiell jede und jeder jetzt an der bürgerlichen Gesellschaft teilnehmen kann der Bürger wird zum Konsumenten und die Frau betritt die Bühne bürgerlicher Lebensverhältnisse auch als Konsumentin ja also das was sozusagen der dem weiblichen Subjekt auch politisch versagt wurde wird jetzt auf einmal umso stärker eingeholt im Bereich der Konsumsphäre die Kaufkraft der Frau wird entdeckt mit allem was dazu auch ästhetisch gehört Urteilsvermögen und so weiter Benjamin hat das also nur als um das nochmal plastisch zu machen man sieht das daran wie sich zum Beispiel in Diskursen der Mode das Geschlecht ändert ja das noch zu Aufklärungszeiten also Gabe und solche Leute um 1800 Mode ein Thema für Männer ist das zieht sich noch bis weit ins 19. Jahrhundert rein und auf einmal wird Mode erschlossen als das Frauenthema schlechthin ja was natürlich dann wiederum auch rückgekoppelt ist mit Veränderungen von Kleidungsstilen und auch Geflogenheiten was so möglich ist was man alles zeigen darf an Körper und was nicht bei der Benjamin hat das für den Faschismus 1936 in seinem Aufsatz Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit als Ästhetisierung der Politik beschrieben also ich bin immer noch in diesem großen Bogen dass diese grundsätzliche Frage was ist eigentlich mit Kultur was ist Kulturindustrie was tun als politische Frage nicht einfach nur heißt es ist eine politische Frage sondern selber tangiert dass ein bestimmter Begriff von Politik da sein muss den ich überhaupt erstmal adressieren kann der mit all den Wandlungsprozessen zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts sich hier verschiebt über das was eben zum Beispiel Benjamin Ästhetisierung der Politik nennt und Adorno und Horkheimer als Diskussionsvorschlag nennen das in der Dialektik der Aufklärung Kulturindustrie Fünftens Detlef Clausen hat darauf hingewiesen dass der Begriff Kulturindustrie auch ironisch zu verstehen ist es geht um eine bestimmte Erfahrung emigrierter deutsch meist jüdischer intellektueller also Kulturarbeiter die sich zum Broterwerb um eben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten überhaupt leben zu können weitgehend alle in der sogenannten Traumfabrik ein Begriff von Ilja Ehrenburg Hollywood wiederfinden da arbeiten die also von wegen Adorno der hat ja gar keine Ahnung gehabt der arbeitet da worüber er schreibt Research und auch das ist entscheidend was kann man denn wenn man so aus Deutschland kommt da kann man ja nur so ein bisschen Sozialforschung und ist in diesem Land was auch in diesem Gebiet im Sinne einer einer technologischen Rationalität schon wahnsinnig fortgeschritten ist was Forschungsmethoden empirisch angeht ja aber das ist das einzige was man bieten kann Research wird jetzt gemacht um Kundenwünsche Kundenbedürfnisse und ihre Befriedigung zu optimieren nicht um der Kundenwillen sondern um der profitablen Produktion halber um am Markt mit den angebotenen Kulturwahn erfolgreich zu sein das zeigt sich jetzt Adorno diskutiert das im Kulturindustrie Abschnitt unter diesem Begriff Cultural Lag ja also wo ist eigentlich der kulturelle Rückstand um am Markt profitabel seine Wahn platzieren zu können lohnt es sich durchaus sich auf allerhand ästhetische Raffinessen einzulassen Materialien und Verfahren die früher der avantgardistischen Künste vorbehalten waren finden sich jetzt in der kulturindustriellen Produktion wieder und zwar auf einer ganz einfachen Ebene technisch machbar Tonfilm Spannungseffekte überhaupt Effekte also alles was für Adorno zum Beispiel in Bezug auf die Musik wichtig war mit den großen Namen Beethoven Wagner Mahler und Schönberg und meinetwegen noch Stravinsky das ist ja sein Buch begleitend zur Dialektik der Aufklärung Philosophie der neuen Musik findet sich in Hollywood spätestens mit der Tonfilmzeit wieder also abgesehen davon dass die ja sogar auch selbst da sind Schönberg und Stravinsky und Kompositionsunterricht geben das ist überraschend als Erfahrung wahrzunehmen ja also dass das was man nach ästhetischen Kriterien erstmal so diskutiert hat dass hier was Neues passiert offenes Kunstwerk wie Adorno das nennt und Umberto Eco greift das später auf und so weiter ja dass das jetzt ohne weiteres unter anderen Produktionsbedingungen oder überhaupt Produktionsbedingungen des Kapitalismus integriert werden kann zum Effekt werden kann mehrfach zitiert Adorno ja Wagner der gesagt haben soll Effekt ist Wirkung ohne Ursache ja also dieses Verwundern darüber dass man sozusagen einerseits rein vom Material alle Möglichkeiten hat aber da nichts bei rauskommt was andererseits in irgendeiner Form dem ästhetisch entspricht was einem vorschwebt nämlich Werke mit Erkenntniskarakter ist als Erfahrung durchaus virulent allgemein in der Zeit nur um es zu sagen 1939 wenn ich mich jetzt nicht irre von Clement Greenberg der Aufsatz Avantgarde und Kitsch fällt genau auch in dieselbe Debatte rein also wo ist denn jetzt wo können wir den Maßstab ansetzen was ist überhaupt der Maßstab um zu kritisieren das ist gut das ist schlecht klar wenn ich eine Partitur vor mir habe kann ich ohne weiteres sagen ich jetzt nicht aber jemand der sich auskennt kann sagen hier da stimmt was nicht das ist einfach Neoklassizismus da ist Quint irgendwas Zirkel und so weiter ja aber was mache ich denn jetzt bei so einem Tonfilm ich habe eine tolle Autoverfolgungsjagd was soll ich jetzt sagen ja da ist aber irgendwie so ein Hauptsatz in einer Reintechnik verletzt worden weil ein Ton zu früh auftauchte ja was soll ich sagen den Leuten gefällt es also das ist ein Problem wenn man weiteren daran festhält dass es eigentlich darum geht eben in sich abgeschlossene Werke zu liefern aber eben wichtig scheint mir der Hinweis von Klausen zu sein ist ein ironischer Begriff also nicht eben einer wie ich das im Ankündigungstext geschrieben habe dem man so zuschlägt der Ecke oh da kommt der große Kulturpessimist oder überhaupt der Kulturkritiker es hat damit nichts zu tun es geht nicht darum zu sagen früher war es aber besser und aus Holz sondern es geht einfach darum festzustellen und insofern eben nochmal ironischer Begriff dass sich hier strukturell so viel ändert dass quasi eine Perspektive auf Gesellschaft gar nicht mehr so anwendbar ist wie man sie noch unter Frankfurter oder Wiener Verhältnissen hat anwenden können in den 1920er Jahren gerade der Film formalisiert die avantgardistische Ästhetik und revolutionäre Technik und überträgt damit die Idee der Revolution auf die Kulturwahn ein Prozess der Symbolisierung revolutionär ist jetzt Montage Tonfilm Technikolor also dann Ende der 30er Jahr die Kunst als konsumierbare Ware also das heißt es ist nicht mehr die Verbindung ich habe Eisenstein und da ist Montagetechnik und ich kann eine Parallelität sehen zwischen einer inhaltlich revolutionären Bestimmung und der Formbestimmung Umgang im Material sondern es verselbstständigt sich die Idee des Revolutionär ohne weiteres wenn man sich aus der Zeit amerikanische Werbung ansieht wofür auch immer Zigaretten Waschmaschinen die Idee dass irgendwas revolutionary ist einheimen verbreitet ohne Umschweife also in der Zeit von McCarthy also da ging es nicht darum oh ich rauche eine Zigarette und Camel und bin Kommunist nein einfach super Tabak der ist taste good und super revolutionär das Studiosystem in Hollywood verfährt wie die Automobilindustrie also Ford die Schauspieler Gewerkschaft wird zu einer der stärksten Gewerkschaften in den USA hat natürlich auch noch Bedingungen wie überhaupt Gewerkschaften strukturiert sind in den USA aber das fällt mit in die Beobachtung von dem was Adorno Horkheimer und viele andere ja machen also das ist ja auch nicht so dass man da auf einmal in so einem Apparat drin ist und den weiß ich nicht hängt man so in dunklen Kellerlöchern und klebt irgendwelche Disney-Filmscheifen zusammen oder so sondern das ist ein Apparat der auch gleichzeitig mit allen möglichen Ansprüchen von wie auch immer Selbsterfindung und auch Lustgewinn und schöne Arbeit und so weiter verbunden ist also auch das nochmal zur Ironie in Kulturindustrie wir reden nicht darüber dass da irgendwie so Leute am Fließband stehen und wie es jetzt ist wenn jetzt Trickfilme produziert werden die werden ja ähnlich wahrscheinlich nicht ganz so grausam ich weiß nicht wenn noch geklebt wird dann auch in China also wenn noch per Hand gezeichnet wird das Prinzip ist Standardisierung Standardisierung ermöglicht es die Ware nicht nur ökonomisch sondern auch technisch austauschbar kompatibel zu machen und das macht in der Konsequenz auch das Politische den Inhalt austauschbar gleichgültig davon hat später Marshall McLuhan seine These dass das Medium die Botschaft ist abgeleitet die Standardisierung funktioniert als Schematismus der Kulturindustrie zusammen mit den Stereotypen Schematismus der Kulturindustrie das heißt die Bilder der Erfahrung sind nicht mehr unreglementiert Reflexionsprozesse wie nämlich bei Kant ist ein Begriff im Kulturindustrie Kapitel ganz wichtig kommt aber aus der kantischen Philosophie sondern vorgegeben werden geliefert das Urbild der Kulturindustrie ist die Reklame jede Ware macht nicht nur Werbung für sich selbst sondern damit zugleich immer auch Werbung für die Welt für die Gesellschaft wie sie ist zum Beispiel immer wieder und immer noch Reklame im Hinblick auf die Standards und Stereotypen von Geschlecht Alter in Anführungszeichen Rasse und dergleichen also diese Reklame Bilder das zeigt der Schematismus die würden überhaupt nicht funktionieren wenn nicht vorher schon ein bestimmtes Klischee von dem was auch nach Rollenmuster Frau heißt hergestellt wäre und transportierbar wäre das ist auch nicht zu überschreiten das kann man an den Rändern so ein bisschen auflösen und die Form so ein bisschen verändern ja dann kann man auch mal für eine Unterwäschenwerbung ein paar kräftiger gebaute Frauen nehmen aber im Prinzip das Bild steht fest und darum geht es also das sozusagen überhaupt nicht mehr möglich ist über eine Werbung erst das was man zeigt zu erfinden sondern das Bild ist immer schon da wir reden nicht mehr darüber dass irgendwie Monet oder so die Olympia malt oder irgendwas Sechstens die Kultur der Kulturindustrie bietet Identifikation was Adorno Horkheimer Marcuse ich nenne jetzt auch noch Leo Löwenthal nochmal Günther Anders auch Erich Fromm in dieser Zeit um 1940 beschäftigt ich erwähne die deshalb weil die wirklich zusammensitzen also bei Fromm denn nicht mehr der verlässt ja das Institut dann aber die sitzen zusammen und haben diese Gruppendiskussion was die beschäftigt ist die Frage wie sich mit der Veränderung der Subjektkonstitution durch die Kulturindustrie das Subjekt selbst also der Mensch verändert ja also das muss man ja nochmal parat haben die kommen eben aus Europa vor dem Hintergrund dass es eine bestimmte Idee gibt die irgendwo zwischen Hegel und Freud zusammengenagelt ist wie das sich so mit Sein Bewusstsein und Unbewussten verhält und jetzt und darüber natürlich auch schon Erfahrung gemacht haben und jetzt kommen sie nach Amerika und sehen dass diese Kategorien da offensichtlich überhaupt nicht greifen 13 Stufen des Selbstbewusstseins bei Hegel wer macht denn das egal ja im Abschnitt über Kulturindustrie ist die Rede von Pseudo-Individuum Adorno schreibt damals die Psychologie von Ich Es über Ich sei außer Kurs gesetzt ein Befund der in ähnlicher Weise von Erich Fromm Escape from Freedom Marcuse Errors in Civilization und Günther Anders die Antiquiertheit des Menschen wiederholt wird ganz entscheidend scheint mir so ein Aspekt zu sein der noch nicht wirklich klar herausgearbeitet ist auch bei Adorno taucht er nur am Rande auf aber er taucht auf Menschen agieren jetzt in Rollen es findet sich in den soziologischen Schriften Adorno immer wieder Hinweise darauf dass sozusagen die amerikanische Soziologie nicht einfach nur mit diesem Rollenmodell kommt sondern quasi eine Transformation vornimmt also das was ich eben auch meinte mit diesen Stereotypen oder dem Schematismus dass wir uns in Rollen bewegen mittlerweile das auch als Vorteil finden heute bin ich mal so morgen bin ich so oder habe ich Angst wenn ich so auftrete tritt ein bisschen anders auf also wir können in dieser Weise quasi theatralisch dramatisch agieren erstmals scheint es möglich dass die moderne Gesellschaft in die individuelle Bedürfnisstruktur eingreift und nicht einfach manipuliert sondern neue Bedürfnisse erzeugt nach denen ein bestimmtes zeitgemäßes richtiges Bild vom Individuum überhaupt erst entsteht das sind zahlreiche Diskussionen die da geführt werden zu diesem Problem der Bedürfnisse und man kennt das jetzt ist ja hier 50 Jahre eindimensionaler Mensch und bei Marcuse ist es ein zentrales Thema auch in der Kritik immer gewesen dass Marcuse würde sich anmaßen diese Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Bedürfnissen und es ist interessant zu sehen also müssen wir einzudiskutieren was das bei Marcuse bedeutet aber interessant zu sehen dass es eine Diskussion ist aus den 40er Jahren wo sie das diskutieren und die Idee der falschen Bedürfnisse die kommt von Adorno das ist ein Vorschlag von Adorno und Marcuse greift das auf und das ist bemerkenswert was diskutieren die da an welchem Beispiel Huxley schöne neue Welt das ist die Vorlage für die Vorstellung was passiert hier eigentlich wie können wir diese Welt beschreiben siebtens ganz kurzer Punkt passt zu sechstens die These von Leo Löwenthal die mehrfach aufgegriffen wurde von Adorno und anderen und sich eben auch findet in der Dielektik der Aufstehung vor allen Dingen dann auch schon in der in den Elementen des Antisemitismus dass Massenkultur also Löwenthal redet von Massenkultur Psychoanalyse verkehrt herum sei also was nochmal zeigt es geht hier nicht einfach um Manipulation sondern es ist sozusagen ein konstitutives Prinzip was hier verkehrt wird aber nicht in der Weise dass man sagt hier wir teilen jetzt im Raum so die Blödis die es nicht schneiden die kommen in die Ecke und die Schlauen die noch so den Durchblick haben kommen in die andere Ecke sondern es ist ein strukturelles Problem von Gesellschaften das ist Punkt 8 Stellung der Kulturindustrie des Kulturindustrie Abschnitts in der Dialektik der Aufklärung was die ja schreiben ist was wir uns vorgesetzt hatten ist zu erklären warum die Welt statt in einem wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten in einer neuen Art von Barbarei versinkt das steht am Anfang und dann guckt man sich an was hat man vor sich man hat ja nicht vor sich zum Beispiel so ein Buch wie dann 64 der eindimensionale Mensch also wo wirklich so durchdekliniert wird wie die fortgeschrittene Industriegesellschaft aussieht sondern man hat erstmal einen philosophischen Abschnitt zum Aufklärungsbegriff dann zwei Exkurse auch historische Exkurse ja homerische Eben also Odysseus und dann Juliette und Marquis de Sade Nietzsche kommt vor so und dann hinten die Aufzeichnung und Entwürfe was so eher fragmentarischen Charakter hat und dazwischen diese zwei Abschnitte Kulturindustrie und Elemente des Antisemitismus Antisemitismus was wir uns vorgesetzt hatten war zu erklären warum die Menschen so da ist kein Kapitel was jetzt noch zeigt und so ist die Gesellschaft jenseits der Kulturindustrie es liegt also der Verdacht nahe sie beschreiben ja Amerika ja es liegt der Verdacht nahe dass das was sie anhand von Hollywood gewissermaßen konkret darstellen als Kulturindustrie ist gleichzeitig ein Verweis auf eine gesamtgesellschaftliche Änderung die Kulturindustrie formt die gesellschaftliche Struktur man könnte fast sagen Kulturindustrie ist Gesellschaft weiterhin auch das gehört dazu also Antisemitismus folgt derselben Logik wie Kulturindustrie das ist die zweite These wo Leo Löwenthal dann sagte als er hier in Frankfurt den Adorno-Preis verliehen bekommen hat wo er stolz war dass Adorno die übernommen hat nämlich das Faschismus und Kulturindustrie nach den selben Prinzipien funktionieren nämlich nach den selben Prinzipien von Schematismus und Stereotypen und das ist das Problem dass im Prinzip das was kulturindustrie vermittelt wird die Surrogate einer bürgerlichen Welt und Werteordnung vollkommen austauschbar ist und auch in sich im einzelnen Produkt sozusagen keine Kohärenz verlangt das heißt die Waren können in ihrer Gebrauchsfunktion vollkommen absurd widersprüchlich defekt idiotisch sein oder was auch immer giftig menschenverachtend lebensgefährlich solange sie innerhalb der Tauschsphäre als Äquivalente gehandelt werden können erscheinen sie konsequent kohärent Gesellschaft ist ein Gewaltzusammenhang ein ganz wichtiger Punkt man tut immer so wenn man Adorno diskutiert und manipuliert und Leute können ja auch selbst entscheiden was sie gucken wollen im Fernsehen und so weiter und Cultural Studies gibt es und man tut immer so als hätte man eigentlich so eine Art friedlichen Kulturbegriff den man irgendwie verhandelt ganz entscheidend ist aber in mehreren Punkten ist es nicht so nämlich der erste Punkt ist es gilt natürlich das was Freud sagt Kultur ist erstmal nichts Positives vom Ausgang sowieso nichts irgendwas was man so als Wert an sich verteidigt sondern Resultat von Verzicht und zwar in geschichtlichen Dimensionen und das zweite ist wenn es irgendeinen Zusammenhang zwischen Kultur und Gesellschaft gibt dann ist dieser bestimmt durch Gewaltverhältnisse Gesellschaft als allemal bürgerlich-kapitalistische ist ein Gewaltverhältnis und auch die Kultur ist ein Gewaltverhältnis faktisch dient sie nicht der Befriedung des Daseins sondern der Kompensation oder Umlenkung von Aggression beziehungsweise bietet die Kultur Gott sei Dank einen vielfältigen Raum Aggression angestaute Wut Dampf was auch immer abzulassen das funktioniert aber nicht immer wird von Zeit zu Zeit hier und da instabil da hatte ich mir hier mal aufgeschrieben These die liberale utilitaristische Ideologie der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft bricht endgültig auseinander was ich meine ist folgendes die gegenwärtige Kulturindustrie stellt Urheberrecht moralisch über Persönlichkeitsrecht Ulmen Topmodell Supernanny die Nachrichten über Krieg und Elend insbesondere Dokus über entstellte Menschen also Kinder ohne Gesicht und sowas die über das Netz und Boulevardpresse verbreiteten Fotos von Freaks sind eigentlich alles Indizien unterlassener Hilfeleistung die Zerschaustellung des Menschen erreicht eine neue Qualität an Verachtung die aber vom ökonomisch-rechtlichen vollkommen abgetrennt durch dieses legitimiert ist und nicht etwa durch die Grausamkeit des Gezeigten selbst also das gibt eine Ethikkommission und das darf man nicht zeigen und dann wird auch die Supernanny abgesetzt aber es sind sozusagen alles Reflexe die völlig unerheblich und unabhängig erstmal davon kommen dass die erste Frage ist wie ist es hier mit den Aufführungsrechten wie ist die Vermarkungsstrategie Neuntens Kulturindustrie ist alle Kultur wird zur Ware dies wird seit den 1950er Jahren in der Umkehrungserweiterung durch den Pop sukzessive aufgehoben nämlich jede Ware ist Kultur Konservendosen Waschmittel Autos Kleidung sowieso technische Geräte heute auch vollkommen selbstverständlich dass Smartphones was auch immer Fernseher Bestandteil sind nicht nur unserer Kultur sondern selber Gegenstände die das definieren was wir als Kultur verteidigen zu dieser Kultur gehört aber auch die Kritik Kritik ist hierbei wesentlich Konsumkritik nämlich auf der Grundlage des allgemeinen Konsums den besonderen Konsum oder umgekehrt auf der Grundlage des besonderen Konsums den allgemeinen Konsum in Frage zu stellen Konsum in Frage zu stellen heißt dabei immer das Konsumverhalten zu kritisieren nicht die dem Konsum zugrunde liegende politische Ökonomie nicht das Konsumverhältnis es geht darum hier vielleicht noch mal so ein bisschen Messmer sich selber ändern anders zu konsumieren bewusster zu konsumieren andere Dinge zu konsumieren bessere nach welchen Maßgaben auch immer Bio direkt vom Erzeuger aus der Heimat Made in sowieso nur gute Markensachen und es ist immer relational anders und bewusster als andere oder die anderen zu konsumieren andere Dinge als andere zu konsumieren Kritik verschmilzt mit Reklame wenn alle so konsumieren würden oder wenn alle so eben nicht konsumieren würden dann wäre etwas erreicht das sittliche Verhältnis der Kultur also das was sozusagen bei Hegel und Marx ohne den Kulturbegriff zu kennen noch dargestellt wird für den Zusammenhalt der bürgerlichen Gesellschaft kurz vor Verrechtlichung das sittliche Verhältnis der Kultur der bürgerlichen Gesellschaft verwandelt sich hier zum moralischen Verhalten der Konsumenten diese Moral ist partikular und bleibt politisch völlig unberechenbar bemerkenswerterweise wird sie immer unberechenbarer je mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse ansonsten berechenbarer werden dazu gehört zum Beispiel also es ist einmal mehr davon geprägt dass es zunehmend völlig entkoppelt ist von Inhalten und seit den 90ern das ist mir mal aufgefallen in einem Kontext wo ich mich mit Black Metal beschäftigt habe wo das glaube ich in konzentrierter Form das erste Mal als Phänomen so deutlich wurde Anfang 90er Ende 80er Anfang 90er setzt sich auch das subkulturell durch dass man nämlich sagen kann also unterm Strich zusammengerechnet nur weil ich ein Nazi bin bin ich noch lange kein Nazi also nur weil ich was keine Ahnung gegen Ausländer habe bin ich noch lange kein Ausländer Hasser also diese Figur die rhetorisch reingedreht wird wo man nicht einfach sagt ja ohnehin kein Gespräch und jetzt erst recht nicht weil es dumm ist die wird zum Grundbaustein des Nachweises kritisch selbstreflexiven Verhaltens und immer auch in Rückkopplung mit bestimmten Angeboten von eben Wahn oder einer Komodifizierung bestimmter Haltung weil das auch mit Energie vorgetragen wird das ist nicht einfach so oh jetzt habe ich mich in Widersprüche verwickelt ach dann sage ich mal irgendwas Blödes und ich komme schon da raus nein das ist eine Position die man ganz offensiv vorträgt immer wieder ja auch laut das muss doch mal gesagt werden also diese Idee natürlich finden sich da schon Verweise im Kulturindustrie Kapitel nämlich einmal mehr in den Elementen des Antisemitismus hat was zu tun mit Paranoia also einmal mehr wenn die Großthese ist mit der Kulturindustrie also mit dieser Verschiebung von dem was Kultur heißt verändern sich subjektkonstitutive Bedingungen verändert sich überhaupt das was Subjekt heißt verändern sich natürlich auch verändern sich die ganzen Parameter von dem wie Subjektivität zusammengesetzt ist und Paranoia bekommt ein anderes Gewicht hat was zu tun mit Weltverhältnis ja alles was passiert hat mit mir zu tun ohnehin also als Privat Gefühlslage kennt man das hat Liebeskummer es regnet klar warum regnet das weil irgendwie die geliebte Person nicht da ist aber jetzt auf einmal kann man es auf alles mögliche übertragen also es hat auch was zu tun mit Einmachsfantasien und so weiter also auch das gehört ja zu dieser Idee nur weil ich Nazi bin bin ich noch kein Nazi dass sozusagen ein Zwang entsteht sich permanent auch genau so zu inszenieren ja was ja immer stärker wird auch nochmal technisch transportiert über Web 2.0 YouTube und so weiter die ganzen Kommentare kein Mensch fragt irgendjemand danach was er zu irgendwas meint aber 5000 Kommentare zu irgendwas ja und das ist ja das ist so aber es ist gleichzeitig vielleicht ein Verweis auf folgendes jetzt nochmal Spektakel Nihilismus 10 bin gleich fertig im Verlauf der 70er zerfällt die symbolische Ordnung zumindest kommt es zu einer Diffusion das hat damit zu tun dass gerade weil Inhalt und Form der Ware entkoppelt wird gleichzeitig aber Märkte erschlossen werden müssen ein Individualisierungsdruck da ist der es immer schwieriger macht zu kalkulieren welche Gruppen welche Waren kaufen würden es eben schwieriger macht anzugeben was symbolisch eindeutig ist Ideologie so die These dann später auch von Marcuse Adorno hat sie auch schon mal in den 60ern gehabt rutscht in die Produktionsverhältnisse oder anders formuliert das ist ja auch ein Bild was öfter da auftaucht es ist dann die Rede von den Widersprüchen die hinterm Rücken der Menschen laufen ja und dann schreibt Marcuse bereits 1941 das ist jetzt vorbei die Widersprüche laufen nicht mehr hinterm Rücken sondern durch die Menschen durch ja also wir sind sozusagen mit in der widersprüchlichen Struktur der Gesellschaft konstituiert wir können uns dem gar nicht entziehen das heißt nicht oh ist alles ganz schlimm also das heißt es wahrscheinlich auch aber das heißt erstmal dass sozusagen die Perspektive der Kritik ganz anders ansetzen muss weil man nicht mehr das Fundament hat von dem man aus sagen kann hier ist alles sicher hier ist noch Individualisierung gelungen also wenn Adorno seine Minima Moralia Reflexion aus dem beschädigten Leben nennt dann ist das ernst gemeint das ist nicht einfach nur die persönliche Erfahrung von Adorno sondern das ist das ist strukturell interessanterweise wird in den 70er Jahren anders mit dem Phänomen Kulturindustrie umgegangen als eben noch in den 60er Jahren beziehungsweise als Resultat aus den 60ern über die 68er haben wir es in den 70er Jahren zu tun übrigens auch hier Frankfurt wichtig mit Leuten wie Dieter Prokop zum Beispiel das oder dann noch Negd und Kluge auch dass es Konzepte der Gegenöffentlichkeit gibt also das ist auf einmal die Idee ist man geht rein in den Laden man hat nichts was außerhalb davon ist das ist verloren das gibt es nicht sondern man geht rein und was dann auch so heißt der lange Marsch durch die Institution das geht auch kulturell geht in die Fernsehsender rein und besetzt da Position um das Programm umzugestalten unter diesem Etikett Gegenöffentlichkeit gleichzeitig aber und das ist eben diese höchst ambivalente Entwicklung in den 70er Jahren sozusagen neben dieser Modernisierung in Frankfurt wäre das eben jemand wie Habermas unvollendetes Projekt der Moderne noch in den 80ern neben dieser Modernisierung Postmodernisierung also genau die Eindeutigkeit auf die man noch bauen muss wenn man Gegenöffentlichkeitskonzepte hat wird aus Frankreich kommt von der enttäuschten Linken also Leute wie Lyotard und andere wie man das denn so sagt ein bisschen falsch dekonstruiert also ein Rückzug in die Zitadelle des Systems das ist kennzeichnend dann für die 80er alles soll so bleiben wie es ist also es verliert sich langsam das war natürlich noch die Perspektive von Adorno und Horkheimer auf Kulturindustrie in den 40er Jahren dass es tendenziell möglich schien auch wenn das für die dann schon eine Utopie war tendenziell möglich schien die Welt anders zu denken als sie jetzt ist und das verliert sich jetzt ist es so sie soll gar nicht anders gedacht werden alles soll so bleiben wie es ist und das ist gewissermaßen ein Konzept was sich einschleicht in den 80ern von links bis rechts also dass es darum geht Verhältnisse zu sichern die ganzen Diskussionen in der Soziologie über Risikogesellschaft und all sowas die spielen da rein also dass es eben darum geht Standards zu erhalten Elfens ich habe jetzt mehrfach Marcuse erwähnt aber nur eigentlich um zu sagen 1964 der eindimensionale Mensch 1964 auch ganz viele andere Sachen noch passiert die nicht uninteressant sind für unser Thema aber Susan Sonntag veröffentlicht ihren Aufsatz über Camp und endet nach 58 Thesen das ultimative Camp Statement es ist gut weil es furchtbar ist es ist gut weil es furchtbar ist das ultimative Camp Statement natürlich kann man das nicht immer sagen schreibt Sonntag die Postmoderne behauptet das Ende der großen Erzählung These nun sind auch die kleinen Erzählungen zu Ende Postmoderne das war kenne ich das nicht schon ja aber anders dieses ja aber anders verschwindet heute zusehends ob irgendetwas schon einmal da war wiederholt wird ein Zitat ist interessiert eigentlich wenn überhaupt nur modisch und das heißt mittlerweile sinnfrei aus dem ja aber anders ist ein paradoxes nein genau so geworden was heute an Kultur übrig ist wird gelegentlich noch entlang der Grenzen des guten Geschmacks diskutiert also das ist ein Großteil von dem was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übrig geblieben ist an einem möglichen Talkshow-Format dass dabei die Grenzen der Humanität längst überschritten sind spielt keine Rolle auch die Kritik der Kultur die Kritik der Kulturindustrie erst recht die Popkritik und die akademische kritische Theorie die unter dem historisierenden Etikett Frankfurter Schule fortgeschrieben wird hat hier nichts zu bieten die Kulturindustrialisierung hat auch die Kritik erfasst Theorie ist ein Teil der Kulturindustrie also auch das was hier passiert dass es kein Außen gibt bezeichnet nur abstrakt das Problem vielmehr muss es darum gehen dass es kein In mehr gibt dass die Kultur gewissermaßen Hohlraum der Fantasielosigkeit der Trostlosigkeit der Erniedrigung geworden ist die Langeweile und die Banalität des Spektakels wird zum letzten Problem der Kulturindustrie in Erfurt wurde vor einigen Jahren ein autonomes Jugendzentrum geräumt und ich sitze in der Bahn und habe meine Mobil Magazin der Deutschen Bahn und da findet sich also diesen Mesmer Text habe ich nicht gelesen findet sich ein mehrseitiger Bericht über Clueso ein Schlagersänger der sich den Anstrich des Nachdenklichen in die Musikers gibt dem die Welt nicht egal ist Clueso hat in Erfurt ein Jugendzentrum errichtet Zughafennetzwerk Erfurt heißt es davon handelt der Bericht das doppelseitige Foto Aufmacherfoto zeigt ihn wie er im Schneidersitz auf Equipment Cases sitzt er lächelt selbstsicher in die Kamera ist leger gekleidet das kontrastreiche Foto lässt Clueso im dunklen Backstage Raum glänzen dazu der Text wir sind Typen die es nicht eilig haben wir sammeln Erfahrung Kreativität beflügelt sich gegenseitig bringt Clueso seine Philosophie auf den Punkt ja Punkt das war's her Applaus Vielen Dank.